Hallo zu zweit zum zweiten Part von Let's Adventure hier ist ein Backen des Gelächter und wir haben und wir haben beschlossen dass doch ein nur auf Läden die Macht MPs Prozent die Folgen hochgeladen werden genau weil ich kann nicht mit acht bis elf fp das sind sie gekackt und er will ich mit dem Foto spielen deswegen er hat noch gesurte sofort die Gesundheit 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 die Generation ist nicht Regeneration mehr Lärten mehr Herzen bekommen ja ja okay Prozent gebrochen vom Domus uns aufgefallen er ja ich kann nur noch Janus ich kann nur noch eine halbe Stunde Stopp Uhr hab ich auf Stopp vorte ich noch einfach mal kurz neu warte löschen starten so jetzt geht's wieder richtig wieso man da noch aufkommen Janus frag ich mich an Treppe hoch Oswald in Köln ich habe keinen Schaden gekriegt ich habe was die ihre Treppe hoch so klein aus was denn bitte Kabel ich habe kein Kabel ich habe die Kabel zu ihm scheiß ich habe doch Kabel FPS gut ich noch das machen es geht also hier hin mach hier ein Händen wo auch so ja ich weiß wie die Mauskeiter kurz sind bis kurz her ich gehe hier okay gut so nah ich gehe kurz ab und muss ihm wir müssen werden er ja aber wir bräuchten drei Kabel er drei Kabel noch für eine Pickel ich habe es noch dreizehn noch zehn können wir verballern und ihn auch noch mal weg so 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 und dann müssen wir irgendwo Erde finden erde finden das ist für mich zu voller Kurs das Pass auf nachher Schubs mich runter er erbten nicht mich ankommen sonst gleichvoll in die Lava wie du machst es schweig wenn du das machst ja das so nicht ich hab den auch scheiße 3 2 Kabel verschwendet egal das war's noch nicht machen egal mach einfach wo scheiß ja das war das nicht mal bitte runterbrücken immer kurz nach und in die Ecke da gut ich will nämlich sieht kein Bock ich hab'n kein Bock in Lava zu fallen Alter das Monster ah fuck da sind es geletzt worden drin wo da oben ich hab'n egal scheiß drauf wir brauchen den Bau nicht Baum nicht wir brauchen nur ein Setzling ich gehe mal kurz raus ne ich zerstöre den Spawner mal Janus darf man das ja gut dann zerstöre ihn mal ich betrachte mir das aus der Ferne wie du da was machst mit einer Kassel jetzt ist Holz runtergefallen sammelt das mal ein ja ich sammle schon da können wir uns auf jeden Fall schon mal ne Workbench machen was Janus ist das echt der einzigste Baune in der ganzen Map das fällt hart glaub ich für uns Janus Obers ich hab ich verarbeite mal zu und jetzt machen wir mal ne Workbench ne ja das soll ich aber lange den Spawner zu zerstören ne mach's einfach das geht schon mit der Stimme der Pickaxe einfach kurz oder so keine Pickaxe mehr auch so na egal ein ich hab noch ein Brot flossen noch Prozent 5 und glücksspielte ich hab jetzt auch bei mich gewohnt aber wenn ich schon bekommen zog der hochkartig versuchte Konzug der so zusammen weil es um ich krieg jetzt von Prozent zu schauen wahrscheinlich Eure Sporner ist kaputt aus Kriegmann probier man selbst äh selbst nicht ich such mal Erde probier man selbst äh selbst ein Zeppelin zu kriegen so rum das ist ja ich hoffe dafür ich muss jetzt warten bis er die Kate hier und jetzt kriege ich schon Pernkern 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 muss mal kurz Flapps ausmachen Flapps ausmachen auch so aber bleibt trotzdem es gibt wie gesagt ich fahre noch müssen Sand Pernkern die Geräusche hat es bis sich zu Ende kapiert und dann damit sich mein fp ist wieder beruhigen oder auch nicht du willst krepieren nein ich krieg jetzt vom Herzen Schaden weil ich keine Nahrung mag was sie oder ist noch ach so deshalb die Kate nicht weiter noch ein Block zum Glück haben wir schon mal bett mir an uns zu finden ja die Sonne geht gleich unter wo ist denn noch mal unser Eingang also wird da unten gab es eine Höhle ne ja ich bin ich schüttel ach man hält das so schützt es ist dann scheiße hier sind überall noch Blätter drin er hat sich die Schmerz dürfen uns Porten ja alles davon ohne ja er hat sich ja gleich durch den Kotz hoch er muss überhaupt unser Haus auch ist das okay hier ist auch sehr hell ich mache jemand fackel rein ich will dass er Scheißbaum endlich mal die Kate hier ja auch einfach bescheiteln fertig bis sich die Ampli und ich glaub noch und doch um ein Headset wackelt wieder aus solch diese kurzen Störungen weiter warum bekomme ich kann es hat den Krüsten noch einen wenn das letzte Blatt ist scheiß drauf ich habe noch von 14 okay es wird nach Neue kommen einfach unter Porten und sie nun nicht irgendwie ja alle können ja heute ab also die am nächsten Tag noch mal hierher kommen und den Baum zuerst gespürt der Port zu mich hier machen wir einfach kurz sich bei mir dort sie wieder viel zu lang wenn man hätte die ganze Zeit rutscht das ist bei die 2 auch so wieder Lederhosen wir können auch unsere Lederhosen wir können auch unsere Lederhosen austauschen noch eigentlich noch nicht erst wenn die Schrott sind Janis ich habe hier noch Portions reingelegt in die Kiste die hier nach gut ja alt erst mal ein Pennen Janis hab ich dir reingelegt in die eine Kiste hab ich dir noch Portions gelegt die ich doppelt habe deswegen kannst du dir der holen sehr gut Pläer nehmen ob Slime auch mein Mikro alter Kiel dann gehen wir mal wieder raus haben schon sehr viel geschafft bis jetzt was bockt vor der Raum als Ostklausel was ich warte ein mein Gott haben wir hier gleich zum meisten mein Gott wird die Film und probieren nicht dass man ja dann in die Düsseldiener die Mauer mein Gott ist gut und muss mir mein Gott geben es ist halt ich wollte es gerade zu stellen ach so warte ich lege sie auf mein Leben das ist sogar noch geschafft schöne Mannschaft Musik im Hintergrund ja endlich hab ich es mal geschafft da einzusteigen beim vierten Versuch jetzt fällt es wieder runter ne ey jetzt fährt das ohne mich weiter ach ne das ist dein Minecraft das ist fail nein jetzt fahr ich wieder scheiße kacke ich fahr wieder runter scheiße kacke man scheiße ok das ist schon mal geil das letzte Play ist voll scheiße ich steig jetzt aus und oh ich hab yeah ich hab Janis Porto mich mal ich hab kein Bock mich jetzt gerade zu beantworten deswegen die Gäber mein Herz wird ja jetzt hat sie gerade wieder das war mir auch so was du fehlst 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 oder und ist noch einer ich brauche unbedingt ein Schwert und zwei Steinschwert weil wir haben ja genug ich hab kein Schilder wir haben aber brauchen wir müssen ja und wir haben aber Holz ich habe eine Workbench jetzt brauche ich nur noch nichts und normalen Holz und du hast ja wohl ein bisschen mehr Alter ich stand gerade unter dir Alter ich war gut Gott das ist doch das Let's Play jetzt schon irgendwie ich würde sagen wir gehen erstmal rein nach unten und bauen uns da weiter auf ne wir bauen uns auf das ist nur für Probleme nein wir machen weiter warte sieben also bauen unser Lagersatz Auer tschüss 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 wer das ohne ich habe zu mir gehört hast du so hast du ihn auch gehört ja ich will das ist so kann es sein dass sie die Abtrennung dieser der ist hier hinter der ist hier hinter der gtf die Hülle da können wir gleich ja das war die Hülle die wir stellen das war die Hülle die wir freigelegt hatten weißt du ganz am Anfang vielleicht weißt du jetzt gibt er mal komm auch runter ja gebraucht haben nur 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 okay es gibt es gibt auch wenn ich mal ja okay mit was hat Hannibal sich denn an Essen versorgt keine Ahnung wirklich nur weil das wäre ganz gut sich ein Gott mein Herz hat das ist nicht brauchen größer Kopf wenn wir noch irgendwo Erde gefunden werden jetzt geben auch zu mir mal kurz was er gibt er war es nicht immer besser ich habe kein Scheinstein auch so ich habe sie bestimmt warte ich bitte mal drei ich gebe einfach mal so du machst uns Werkzeug und ich laufe ein bisschen dumm rum ja warte ich setze mal ein paar Kisten dann können wir da unsere Sachen reisen zwar noch genug Kisten oder aber das Neff voll nicht zu sprinten zu können irgendwie was ist hier eigentlich ich tue mir mal ein paar unmittelbar ja ja das ist hier eigentlich bitte kann äh enjoy your piston stores this is not the trap this isn't äh oh Gott das rauscht gerade im Sinn oder das hört sich komisch an so jetzt will ich was so wenn die Wart machen wir Musik an ne du hast doch hast du die du hast du hier nicht eben gerade eine Jukebox gemacht ne ich hab sie gefunden ich hab gedacht du sind Diamanten verschwendet oh Gott braucht man dafür ja einen in der Mitte ach so gut dann mach ich mal zwei Pick-Axis ne und dann können wir ein bisschen Kabel fahren weißt du und dann können wir uns auch noch so andere Werkzeuge machen ich finde es schade noch ein bisschen dass es keine Steinrüstung gibt weißt du aber das ist vielleicht ein bisschen realistischer ich fahr jetzt mein Kart juhu ja los ja ich komm cool hast du selbe Text Alter ich hab kein Leben mehr hä ich hab noch fünf also ich mein Herz ich auch nicht ich auch nicht und war schon seit einer halben Ewigkeit ok da werden wir gleich ein bisschen sterben nein irgendwie nicht man kriegt nämlich dann fünf Herzens Schaden und den Rest behält man ich weiß es ist ja egal wir machen und teilen es ist eher so und so viel scheiß drauf ey die Musik bockt voll irgendwie die Lur gerade im Hintergrund hast ich sollte ich auch mal eine Jukebox mit meiner Let's Play Welt machen wenn ich Diamanten finde dann soll ich ha 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 oh mein los ey so 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 okay mein iPod ist leer wir waren bei so 10 Minuten wir machen jetzt einfach noch bis 15 Uhr weißt du hast du ja okay das sind dann noch fünf Minuten und dann ja und das Jahr dann machen wir noch eine Folge Herr ich mach mal ein Focke spielst du mit dem selben Texture Pack wie ich gerade ja nur mit Animationen weißt du bei mir leckt das so weil die Welt so verdammt groß ist also es kann durchaus sein dass sie groß ist ich hab 14 Kabel wie viel hast du okay ich hab 64 und 21 Kabel so haben doch mal die zweite ich habe mir noch mal ein bisschen mehr Werke ich mache auch nicht baukehren Sticks von ihr ja Prozent Rote Wartet mal kurz Prozent Robby los ich muss meinen so mein Headset ist ganz hinten Oh Gott und ist so müssen mich der Janus gut und ja jetzt habe ich mein Headset so auf und es ist gar nicht richtig auf ist aber egal ist gut schnell wächst sich immer es nervt vor wenn es rutscht irgendwie ne mhm ey hier können wir unser Lager reinpacken Janus was wir gerade für den Raum ausheben ja warte ja ich bin hier und ich farm noch kurz die letzten paar Kabel sind äh warte hier da wirf es mir einfach hinten hin alter ey das ist gerade übelst laut bei mir das Feuer ich weiß zwar nicht was das ist aber ich höre noch nicht mal ein Feuer aber egal ich hoffe ich hätte man nicht überhaupt ein Video naja ich hoffe es mal was ist eigentlich dahinter kann so kann man sich auch mit dran ich guck mal da haben wir schon mal neuner Puzzler zu liegen halt ein bisschen was ist das für ein Schei oh das ist mich geschlagen ich bin hier auch nie ich brauche mal auch ich hab noch selbst bretter gut alter was die hinterher aber es ist eine übelst dicke Glaswand anscheinbar hier ist noch eine Bahnstrecke mal sehen wo die hinführt aber jetzt darf man das überhaupt doch einfach zu gucken ja ne ja man darf alles machen und jetzt wird ich dann noch so gleich einen Hinsatz sagt ich gehe mal weiter irgendwelche unmittelten Sachen also er hat sich schon Steinschwert gemacht ja muss das ist das ist stabiler als ein Mann die haben als Goldschwert und doch bringt mehr Schaden glaub ich ja so dass keine Ahnung die Schaufel brauchen wir vielleicht auch auch da so dies hat links durch meine Reihen viel Spaß dabei ich mache ich brauche noch eine Axt oder ich habe mir zum ich mache mir von allem einfach mal zwei ich muss jetzt auch von auch wo ich habe es der Gründen schlägt ich habe 14 ich habe aber ein ich habe die 14 wurden Planks zu Sticks verarbeitet damit wir müssen uns haben ja ich habe ich habe mal die Lappes in Blöcke ich hier rein der Gewohnung wir sollen man hat sich auch das ist schild ich habe schon ein paar Reihen haben das String brauchen wir nicht brauchen wir Kabel jetzt zum hochstecken vielleicht mal ne aber ich habe Kabel sind er und die Bakter auch nie muss dran okay Prozent aber ich war noch ein bisschen wichtig ist auch immer schlagen die Spaß wir haben noch nichts ich bin mal wieder Musik es war die gleiche ja ich weiß egal es ist doch episch die Musik ich habe mir auf den Kopf gesprungen oh mein Gott ich gucke jetzt unter den Rock und den Rock ich bin Spaß und den Rock unter die Hose kann man weißt du ob man bei unserem Headset auch das Mikro ein bisschen der anderen Mund machen kann ja kann man da das habe ich gerade gehört und das äh oh mein Gott ich habe boah fuck ich glaube ich habe gleich keinen wir müssen unbedingt weißt du ich gehe dahin wo wir den wo ich den Zombie gehört habe dann oh das ist ein Skelett auf unserer Bahnsteigel das würde ich jetzt nicht bekämpfen um ganz ehrlich zu sein ne weißt du warum jetzt ist es aber weg die hast du sieben Back und ich spiele gerade mit 20 FPS oder mit 15 oder so die hast du dich mal beruhigt beruhig dich mal egal die Aufnahmen sind es einer Minute zu zählen deswegen da kann ich ja mal gucken ob voranzlag auf was spielst du? Render Distance of Tiny ne? ja ich hab' ich hab' noch ein halbes Brot ich hab' gar keinen sehr froh dass du überhaupt noch einstieg mal hier rein ich mach' mir mal kaputt da hinten schon eher verlor das wir ja ich hab' schon fünf und halb Leben verloren ey denn das Kohle da soll ich mich da einfach um hingraben ja noch mal ich guck mal was hier ist Alter 6 3 FPS 3 FPS ich schwimmen ok das können wir die Folge nicht kurz beenden vielleicht geht's an in der nächsten Folge bis zu ja ok mit diesen sehr leckenden Minecraft dann bis zur Part 3 ebenfalls bei mir weil bei Janis das zu doll deckt aber ich glaub ich hab' dir auch Kohle ja egal dann bis Part 3 ne? gut ciao